Hey hallo, willkommen zu Michaels Merkling Anlage. Normalerweise würde jetzt ja der dritte Teil kommen, aber da die Geschichte genau das gleiche ist wie bei dem zweiten Teil, und zwar geht es wieder um einen Lokwechsel von Diesel-Lok auf E-Lok-Bespanntenzug, ist das sozusagen ein kleiner Anhang zu diesem Film. Dieses Mal geht es darum, dass ein D-Zug mit einer Doppelbespannung BR-216-218 in den Hauptbahnhof einfährt, dann werden die beiden Diesel-Loks abgekoppelt und eine E-Lok der Baureihe 110 mit Bübelfalte wird den Zug übernehmen und dann wieder auf die Reise schicken. Viel Spaß dabei! D-Zug mit einer Doppelung 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 D-Zug mit einer Doppelung